Erfahrung. Ha, ne, er randt schon wieder weg. Hihihi. So, Oma getötet. Gut, stehe das Haus jetzt zum Verkauf. Ja, der Junge wollte nicht hierbleiben. Guck mal, was du hier hast. Eine Heldenreise 2. Da waren wir schon dran. So, jetzt ist mir noch ein Erbel. Erbel Juice. So, was willst du denn überhaupt? Bei der ersten Verabredung mache ich niemals Augen. Ich kann nur jemanden reinlassen, der mich wirklich liebt. Genau, ich weiß auch, was wir für ihn brauchen. Soll ich es euch verraten? Na komm, falls ich vergesse hier nochmal hinzulaufen. Ihr müsst dem Tor einfach nur eine Rose schenken. Und das war's. Da macht er für euch auf. So, gut. Skorms Kapelle. Ja, da haben wir noch die Quest. Opfer. Ja, da müssen wir noch ein Opfer bringen. Das machen wir irgendwann. Prüft auch was? Tretfertigkeiten. Ach so, genau. Jagdversteckte Beute. Genau, und da ist die Suche nach den Archäologen. Vorher gehen wir nochmal an die Heldengilder. Da können wir uns jetzt nochmal skillen. Heldengilder teleportieren. Moment, ich will gerade was gucken. Hallo, Opi. Bist du da? Ja, bist du. Komm her. Servus. Gegenstände. Geschenke. Ah, der hat nur Pralinen. Naja gut. Dann nicht. Wow, wir haben 21.000 Gold schon. Ich hab das Gefühl, dass man mehr Gold hat, wenn man böse ist. Aber gut. Wir werden 24.000 kostet die nächste Körperbaustufe. Wow. Aber wir haben's. So. Danke. Und wir können noch ein bisschen was in Willenskraft stecken. Weil ich hätte gern noch. Äh, wo ist es? Nein. Angriffszauber. Weber. Nein. Körperlische Zauber. Geisterschwert. Bringt erst auf hohen Stufen was. Aber ich würd's mir trotzdem mit. So. Können wir hier noch was machen? Nur Zielgenauigkeit. Nein. Dann haben wir uns ein bisschen Zauberkraft drauf. So. Und dann muss ich ja gerade mal Fertigkeiten. Magie. Umgebungszauber. Zeit verlangsamen. Weil die, äh, Emotions benutze ich eigentlich eh nicht. Und das Geisterschwert. So. Mit dem Geisterschwert, ja, wie es schon heißt, beschwören wir ein Schwert, welches uns im Kampf unterstützt. Mit, äh, drei verlangsamen wir die Zeit. Und wir können jetzt hier den Gildnopi zum Beispiel niedermetzeln, also, haha, ich weiß gar nicht, wie man das abbrechen kann. Und zwar, wir können uns jetzt zurück zu Landhaus Rose teleportieren, da würde ich jetzt aber nicht hin, ich will nach Südbauerstown. So, und da gerade Nacht ist, nein, ich rede nicht mit dir, kleines Mädchen. Hier ist es am günstigsten mit 35 Gold. Also, ich habe bisher jedenfalls noch nichts günstigeres gefunden. Dunkler Herr. Genau, ihr habt es kapiert. So, ich will mir nämlich ein bisschen hier neue Rüstung holen. Komm, wir sehen ihn an. Wir sehen ihn an. Danke. Muss ich hinterhin laufen, ne? So, kaufen. Kleidung. Oberkörper. Hey, warum machst du das nicht? Das ist doch doof. Ich habe einen Plattenstiefel, aber das sind die hellen, ich will. Ja, ne, die würde ich nicht haben. Glänzende Lederstiefel. Sind wir schwul, oder was? Na gut, der hat das alles nicht. Oh, Kamera. So. Ich will gerade mal gucken. Waffen. Nahkampfwaffen. Obsidian Großschwert. Das hatte ich das letzte Mal auch. Das ist ein sehr, sehr geiles Schwert. Also, das habe ich immer noch bei meinem anderen Kollegen, der gut spielt. Quasi, habe ich das immer noch. Ob sie die Ahnung hat. Hackmesser. Oh, lol. Meisterspitzhammer. Oh, jo. 18.000 macht keinen Schaden. Diese elegante, aber tödliche Waffe ist leicht und dennoch in der Lage, selbst beim schwächsten Schwung Rüstung zu durchdringen. Wie bei all diesen von Meistern geschmiedeten Waffen sind Kopf und Schaft wunderschön verziert und mit Edelstein unbekannte Herkunft. seltene Metallen und fremdartigen Beschichtungen eingefasst. Okay. Äh, ja, nö, will ich aber nicht. Ich bin am überlegen, mir das Schwert zu holen. Ich hole es mir auch. Äh, ja, ja. So, ähm, nee, das mit den Büchern machen wir noch nicht. Lass mich in Ruhe, Mädchen. Ich werde jetzt nach Witchwood reisen. Da müsste automatisch gespeichert werden. Und dann, ähm, werde ich nämlich aufhören. Für heute. So, wohl, äh, wo ist noch diese Tür? Jo. Wurde jetzt automatisch gespeichert. Ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ey. Scheiße. Naja. So, wir machen mal die Truhe hier auf. Wiederbelebungsfiola. Na, super. Wir haben ja noch keine. Äh, ich will gerade mal was gucken. Kommen wir da so schon hin? Nee, da fängt jetzt nämlich eine Cutscene an. Wie lange spielen wir denn jetzt schon? Drei Stunden, zwölf Minuten. Eine Stunde habe ich jetzt knapp aufgenommen wieder. Wohl bekannter Krieger. Genau. Wir sind sehr, sehr böse schon. Sehr schön. Wir sind schon 34. Lieblingswaffe. Genau. Und dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Macht's gut. Schaltung. Ja.